In den letzten Wochen gab es ja stark steigende Infektionszahlen in ganz Deutschland. Auch in Rheinland-Pfalz sind inzwischen alle Kreise und alle Städte Risikogebiet. Und darauf musste dann natürlich reagiert werden. Die Lage hat sich dramatisch verschärft, muss man sagen. Und deswegen gab es ja das Gespräch in Berlin der Ministerpräsidentin und der Ministerpräsidentin mit der Bundeskanzlerin. Da hat man sich auf gemeinsame Maßnahmen verständigt und die Ministerpräsidentin hat das dann letzten Freitag in einer Sondersitzung in Mainz im Plenum vorgestellt. Der Landtag entscheidet über die Maßnahmen nicht. Das macht die Regierung in Mainz. Aber es gab schon sehr große Zustimmung und einen sehr breiten Konsens, dass es wichtig ist, die Maßnahmen zu treffen, auch wenn sie hart sind. Und ein Grund dafür ist, dass wir nicht nur steigende Infektionszahlen haben, sondern wir haben jetzt auch wieder eine stärkere Belegung in den Krankenhäusern, also auch Menschen, die schwer krank sind. Und diese Welle, die muss man natürlich brechen, auch in Rheinland-Pfalz. Da wir ja jetzt das Ganze zum zweiten Mal erleben, nach dem Frühjahr, jetzt der zweite Lockdown quasi, ist jetzt einiges schon klarer. Wir wussten ja ungefähr zumindest, was uns erwartet. Wir wissen, dass ein Schwerpunkt ist, die Schulen und die Kitas offen zu halten. Der Handel bleibt geöffnet, wenn auch mit Auflagen, wie wir sie zum Teil ja schon kennen. Hart ist das Ganze insbesondere für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche. Keine Frage. Da ist auch noch einiges offen, was geklärt werden muss, insbesondere auch die Unterstützung, die zugesagt ist. Da warten wir jetzt auch noch an Infos und die werden wir dann sofort weitergeben. Dinge, die noch offen sind im Land, das sind die Hygienepläne. Die werden jetzt nach und nach gemacht. Brauchen wir auch ganz dringend an den Schulen und Kindertagesstätten. Da wird sich auch einiges ändern für die nächsten Wochen, aber das kommt jetzt in den nächsten Tagen. Darauf warten wir. Gastronomie, Veranstaltungsbranche, Künstler, das sind diejenigen, die jetzt mit am härtesten getroffen sind. Es gibt natürlich auch noch weitere Schausteller, Kinobetreiber und und und. Und die sind auf schnelle Hilfen angewiesen. Das hat im ersten Halbjahr an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz nicht geklappt, aber auch daraus hat man hoffentlich gelernt und ich erwarte jetzt, dass diese Hilfen auch sehr schnell kommen. Vor allem ist auch mir an Hilfen zugesagt. Es sind zugesagt jetzt bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes für den Monat November zu ersetzen. Und machen wir uns nichts vor, das wird auch dringend gebraucht. Natürlich fragen sich viele, wie es weitergeht und wir hoffen jetzt, dass diese zweite Welle gebrochen werden kann mit den Maßnahmen im November und dass es dann im Dezember wieder halbwegs normal weitergeht. Denn auf Dauer natürlich können diese Hilfen und Konjunkturprogramme die Wirtschaft nicht unterstützen. Das ist, denke ich, klar. Das ist ja aber auch nicht das Ziel. Die Leute wollen ja wieder arbeiten. Die Gastronomen wollen öffnen. Die Kinobetreiber wollen Filme zeigen. Die Schausteller und Veranstaltungsleute wollen wieder den Leuten etwas bieten. Und das muss natürlich das Ziel sein. Aber jetzt sind die Zahlen stark gestiegen und deswegen dieser zweite Lockdown. Und wir können jetzt helfen, dass die Branche das überlebt und dann weiter auch starten kann. Die Schulen und die Kindertagesstätten offen zu halten, das ist wichtig. Ich finde das auch absolut richtig, denn die Kinder sind auch darauf angewiesen. Für ihr soziales Miteinander ist es sehr wichtig, dass sie wieder zusammenkommen. Die Eltern, die arbeiten gehen, brauchen die Unterstützung auch in den Schulen und die Betreuung ihrer Kinder. Also es ist wichtig und richtig, die Schulen offen zu halten. Aber das wird auch schwierig. Denn wir sehen jetzt in dieser Krise, wie an vielen anderen Stellen auch, die Versäumnisse der letzten Jahre. Die Schulen sind zum Teil schlecht ausgestattet. Es ist schwierig, einen Saal zu lüften, wenn die Fenster nicht funktionieren. Es ist schwierig, jetzt auf digitale Medien umzustellen, wenn die zum Teil gar nicht vorhanden sind. Es ist schwierig, Klassen zu teilen, wenn ich ohnehin im Normalbetrieb schon zu wenige Lehrer habe. Und das sind jetzt Dinge, die hier ganz offen werden in der Krise. Da darf man sich nichts vormachen. Das wird im Winterhalbjahr jetzt auch sehr schwierig und anspruchsvoll, das Ganze zu gewährleisten. Was wir auch gesehen haben, ist im Bereich der Schülerbeförderung. Das ist ja auch viel kritisiert worden. Wir trennen die Schülerinnen und Schüler in den Schulen optimal und versuchen da mit Maske und Hygiene alles sicherzustellen. Und dann fahren alle in einem Bus nach Hause. Das ist natürlich völlig widersinnig. Und das ist aber auch nicht ganz einfach zu lösen. Denn die Busse sind jetzt schon knapp. Und dann zusätzliche Busse zu bekommen, ist auch schwierig, scheitert auch vielerorts an Geld. Und das ist ein weiteres Problem, das sich zeigt, es gibt auch Kommunen, die sind finanziell schon dermaßen überlastet, dass sie das nicht mehr zahlen können. Auch das zeigt sich leider jetzt in Rheinland-Pfalz. Ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf jetzt bei der Eröffnung der Schulen und der Kindertagesstätten, ist die Menschen, die da arbeiten. Da geht es darum, dass die auch ihre persönliche Schutzausrüstung bekommen, dass die auch geschützt werden, dass sie sich sicher fühlen auf der Arbeit. Und da ist insbesondere der Dienstherr gefordert. Das ist für die Lehrerinnen und Lehrer das Land. Das hat im ersten Lockdown oder danach, als die Schulen wieder aufgingen, erst mal überhaupt nicht geklappt. Und jetzt werden wir darauf achten, dass das beim zweiten Mal besser läuft. Denn auch diejenigen müssen sich wohlfühlen und sollen ihre Arbeit machen können. Das ist wichtig, dass die fit bleiben, auch für die Schülerinnen und Schüler und für die Kinder in der Betreuung. Das Problem, das wir jetzt sehen in der zweiten Welle, ist dadurch entstanden, dass sich viele nicht an die Regeln gehalten haben. Das sind nicht die Gastronomen, das sind nicht die Veranstaltungsleute, das sind nicht die Kinobetreiber. Es sind Einzelne, die die Regeln missachtet haben, die zusammen Großparty gemacht haben. Und das muss jetzt jeder verstehen, dass das Teil der Solidarität ist, dass das jetzt nicht angezeigt ist. Wenn wir wollen, dass dieser zweite Lockdown Ende November tatsächlich vorbei ist, wenn wir in einen halbwegs normalen Dezember gehen wollen, dann muss sich jetzt jeder zurücknehmen und am Riemen reißen. Und das bedeutet, die persönlichen Kontakte zu reduzieren, auch im privaten Bereich um 50 bis 75 Prozent, um diese Infektionsketten zu unterbrechen. Auch ich gehe lieber raus und treffe mich mit Freunden und feiere gemeinsam, als zu Hause in den eigenen vier Wänden zu sitzen. Aber das ist im Moment vernünftig und es ist auch solidarisch. Wer will, dass die Gastronomen morgen wieder öffnen dürfen, wer will, dass die Restaurants wieder aufmachen und die Kinos, der muss sich jetzt zurückhalten und sich solidarisch zeigen. Da nutzen keine Demos, da hilft nur Zurückhaltung. Jetzt gehen wir aufs Ende dieses Jahres zu. Und wenn wir uns am Anfang des Jahres überlegt hätten, was passiert, was alles ausfällt, was an Kunst und Kultur nicht stattfindet, an schönen Festen, die wir geplant hatten und gerne gefeiert hätten, ist es eigentlich schlimm. Aber wir müssen den Blick nach vorne richten und gemeinsam daran arbeiten, dass 2021 einfach besser wird. Und dann feiern wir wieder zusammen. Und dann finden die Sommernächte statt. Und dann finden Kulturveranstaltungen statt. Und dann finden die Kerben statt, die wir gerne zusammen feiern. Und dann werden die vielleicht 2021 noch schöner und wir können das noch besser genießen als 2020. Das ist mein Wunsch. Und der wird Wirklichkeit, wenn wir jetzt alle zusammenhalten. Mein Abschlusswunsch an euch und an uns alle ist, hallen wir zusammen, stehen wir zusammen, bleiben wir gesund. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommen wir auch durch die Krise. Und dann kommen wir auf, geht's. Bis zum nächsten Mal.